Der klügere kippt nach. Sauf dich schön. Willkommen beim Ekel Heinz. Schärfer wie das zweite deutsche Fernsehen. Schärfer wie der Hassknecht von der Heute Show. Euer Ekel Heinz pflückt Tele 5 jeden Montag ab 22.15 Uhr auseinander. Schaut es euch an in der heißen Phase, in der heißen Runde und dann noch live bei Tele 5. Tele 5 ist so geil, so geil, dass die so viel Kalk im Hofe haben und den jeden Freitag rausschmeißen. Euer Heinzelmann, dem gefällt das dann. Darum schaut er, wie kann es anders sein, Tele 5. Ob ihm das nicht gefällt, ist selber schockt. Live on Air bei Tele 5. Tele 5 seit 1984 zwischendurch Sport mit erstklassigen Moderatoren. Und seit 2002 ist Tele 5 wieder dabei und ich kann euch nur eins sagen. Sauf dich schön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren. 22.15 Uhr und es geht los. Der Klüger kippt nach. Ja. Und darum sage ich, sauf dir diese Sendung schön. Richtig. Ich bin schärfer wie der Hassknecht, meine lieben Freunde. Aber hier bin ich milde gestimmt, weil das ist Unterhaltung. Das ist eine Unterhaltungssendung, wo eine Frau ihre Gelüste freien Lauf lassen kann. Und dadurch ist die natürlich schon Sinnen von heller. Ist klar. Alles wird bunter, alles wird fröhlicher. Ja, ich kann nur jetzt nur sagen, gefickt eingeschädelt. Kentucky schreit ficken. Ja, die Nachtshow im RTL Abendprogramm vor langer, langer Zeit. Mit Esther Schweins als Nachrichtensprecher. Das waren Zeiten. Darum sage ich euch nur, sauft es euch schön, das Fernsehen. Und wer Tele 5 nicht mag, der mag so vieles nicht. Denn Tele 5 ist einfach geil, weil es anders ist. Tele 5 hat nicht nur Schlafbratzen, ja, Schlaffatz. Die haben so viel Kalk im Hof. Fliegt jeden Freitag raus. Ja, okay raus. Jeden Montag kommt dann Dingens will zum Fernsehen. Ja, Frau Dingens will zum Fernsehen. Und wer den Dacken, genau, wem das nicht gefällt, der bleibt länger dran. Dann kommt der große Knall, genannt Boom. Und dann habt ihr einen Rama. Den Boom Rama. Und dann seht ihr natürlich schwarz. Meine lieben Freunde, jeden Montag analysiere ich euer Ekelhain Schärfer wie der Hassknecht vom zweiten deutschen Fernsehen. Diese merkwürdige Heute-Show. Ja, ich kann euch nur eines sagen. Das Internet ist breit. Das Internet ist global. Und darum wird es Zeit, dass wir was anderes sehen. Zum Beispiel sauft ihr Tele 5 recht schön. Denn anders sein ist tierisch geil. Total recht herzlich willkommen, weil der Klügere kippt nach. Dingens will zum Fernsehen von Frank Elsner. Und zum Schluss die Umrahmung mit dem Lauten Boom. Hold on? Boom! Untertitelung des ZDF, 2020